LPA ist die Abkürzung für Landespersonalausschuss und wir sind die starke Vertretung für alle ca. 8500 Landesbediensteten in Oberösterreich, vergleichbar mit einem Betriebsrat in der Privatwirtschaft. Das LPA-Büro ist ein Servicebüro, wo alle Kolleginnen und Kollegen mit ihren Anliegen anrufen können. Unser Anspruch ist, dass wir noch zeitnahe gute Antworten und Lösungen finden und wir servicieren auch die Personalvertreterinnen und Personalvertreter, die draußen in den Dienststellen für die Leute da sind. Die Ansprechpartner sind zum einen wir als Landespersonalausschuss, die Zentrale in Linz. Es gibt aber in jeder Dienststelle des Landes vor Ort eigene Personalvertreter und Personalvertreterinnen, die vor Ort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen und informieren. Außer Beratung und Unterstützung in konkrete Fragen, dienstrechtliche Fragen zum Beispiel, oder wenn es wo Probleme gibt in der Dienststelle, haben wir einen großen Servicebereich. Wir kümmern uns um Gesundheitsthemen genauso wie um feste Aktivitäten. Und eine ganz tolle Geschichte ist unser Gutscheinbüro. Wir schauen immer, dass wir Ermäßigungen und Gutscheine von vielen Firmen und Unternehmen herbringen, die die Leute bei uns dann günstig kaufen können. Und so ist eigentlich auch für die Haushaltskasse, was für jeden und jede dabei.